Moin, hallo und herzlich willkommen, Mats Hieler am Start und wir sind weiter unterwegs Peacekeeping Mission zu machen. Das heißt 12 Scabs auf Shoreline, 12 Scabs auf Woods, 12 auf Interchange, 12 auf Crown Zero, 12 auf Customs und was habe ich vergessen? Ja, irgendeine habe ich noch vergessen. Aber ihr wisst, was ich meine. Eine Map ist es noch da, da fällt das alles da noch ein, was man sich auf alles merken muss. Los ziehen, los ziehen. Schönen, na, kursam, juna. Hier ist er! So, zwei haben wir schon. Scheiße, wenn wir uns reingehen, bleibt gleich voll bis um das Dach, also gewichtstechnisch gesehen. Das war eine verlorene Seele, ich habe ihn erlöst, ich habe Gottes Werk getan. Das ist meine Grafikkarte, verdammt. Schliesselt einer draußen rum, verfettet im Schläger. So. 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 Alter! Wir waren noch nicht fertig Kumpel, ich wollte deine Weste. Ich müsste mal Vollkriegen holen. Blöder Hund. Wir haben den Arm weggeschmissen. Wir haben bestimmt sieben, acht Stück erschossen. Okay. 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 Zwei sind noch hier. Okay. 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 Ich habe ihn verletzt, ich habe ihn verletzt. Ich habe den Arm schon wieder weggeschossen. 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 Du zeigst niemandem an den Stinkerfinger. Ich habe den Arm schon wieder weggeschossen. 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 Come on! Hä? Wo ist dahin gerannt? Kein Blech gehört? Keine Rolltreppe? Wo ist er einfach weg? Man sieht ihn doch nicht mehr. Also kein PC mehr. Nein. Ich brauche mal was zu essen und zu trinken und ich muss mich zusammenlehnen. Aber ich glaube ich kann mir das... CMS? Ja, CMS. Das war jetzt irgendwie CVS. Oder was anderes. Oder CSV. Egal. Kann ich mir sparen, weil... Der Arm ist sowieso verloren. Ihr habt nicht mehr gesehen. Es war nicht. Ich bin immer besser für den Publantik. Dann hast du gemocht. Nein. Du möchtest. 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 Das war's. Ah, die Zielausdauer ist auch wieder im Arsch. Das müsste doch langsam auch besser trainiert sein. Ich verstehe das nicht. Mein ganzes Leben nie so geäumt jetzt wie seit Anbeginn der PvE-Version. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Alter, wahre Fressbude. Schlafwaffenland ist ein Scheißträck dagegen. Ich packe mich hier mit Fressenfall. Ich werde Millionär durch Futter. Als Futterlieferant mache ich mir einen Namen. Was ist denn? Nimm, Nimm, Nimm. Nerv komme ich ja nicht an. So, jetzt muss ich mir erst mal selber versorgen. Wie viel biege ich denn überhaupt? 45 Minuten, das geht doch. Guck mal, ein Saurier nachher. Schuck Wasser. So, jetzt muss ich Sípflasen. Oh. Schuck. Das war's für heute. Äh, jetzt weiß ich nicht, was man braucht. Energy-Trings brauchen wir, glaube ich, noch für die Fresskiste von Jäger. Da kann man sich noch eine Fresskiste bestellen. Cola ist, glaube ich, dabei, oder? Cola, Energy-Trings. Ja, dieses, diese Lila, naja, die sind Lila, wie soll man sagen? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Nicht, du Schonker, das war noch an, aber wie heißt denn das? Ja, Squash, genau, Squash. Da spielt Squash. So, hier langsam müsste ich mich mal zum Ausgang begeben. Oh, nimm doch nur. Oh, ich bin im Vollrausch. Oh, jetzt bin ich raus. Oh, jetzt bin ich raus. 55 Kilo Scheiße. Oh, reicht immer noch nicht. Okay. Musik. Oh, jetzt bin ich drin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Die Fressenslieferrei abbringen, heimbringen, abliefern. Da geht er noch hier, da geht er noch hier. So, jetzt müsste es am Anfang mit kicken. Ja, wann denn? Hallo? Hallo? Ui, Futter für die Welt, Junge. Skeffs, 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 18 Skeffs, aha, wieder drei Bären. 5 0 4 5 0 5 5 0 6 0 5 0 6 0 10 4 0 5 0 5 0 10 1 0 5 0 6 0 7 0 0 5 0 5 0 0 6 0 7 0 7 0 0 7 0 1 0 8 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0